Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Mittwoch wieder dabei seid. Einen Tag nach dem Jonas Hofmann-Beben wird Frank Eunuchat sein Nachfolger. Und Borussia hat wohl ein Angebot von über 20 Millionen für Kohi Takura. Das gilt es heute zu besprechen. Und es ist bergfest. Noch zwei Tage, dann ist Wochenende. Und dafür kann man auf jeden Fall ein Abo und ein Like da lassen. Ist kostenlos. Und jetzt starten wir rein. Jonas Hofmann wechselt jetzt offiziell zu Bayer 04 Leverkusen. So ist es. Das ist Fakt. Leverkusen zieht die Ausstiegsklausel. Ist heute offiziell geworden. Jonas Hofmann akzeptiert ist. Und dass das Ganze nicht rund gelaufen ist, das haben wir heute im Statement von Borussia Mönchengladbach gehört. Aber ich will noch mal kurz Bezug dazu nehmen. Also Jonas Hofmann verlängert letztes Jahr seinen Vertrag bei Borussia mit Ausstiegsklausel. Alles schön und gut. Mit einer Option für ein weiteres Jahr. Er spielt eine gute Saison, auch wenn ich ihn in einigen Spielen schon ordentlich kritisiert habe. Ich glaube auch zu Recht, weil er hatte nicht seine besten Auftritte. Aber er hat im Endeffekt eine sehr gute Saison gespielt, muss man sagen. Über 20 Scorer-Punkte. Er meldet am Ende der Saison auch noch an, wo der Abschied von Lars Stinne feststeht, dass er Verantwortung übernehmen will für diesen geilen Verein. Eventuell sogar Kapitän werden will. Das Gesicht der neuen Mannschaft wird. Und dann geht man zu Borussia Mönchengladbach, wo man ein Jahr vorher seinen Vertrag verlängert hat. Und sagt, hier, das sind meine Konditionen, sonst kriegt mich Bayer 04 Leverkusen. Gladbach sagt, danke dir Jonas, kein Thema, wir erfüllen das. Und dann sagt er, Arschlecken 3000, ich gehe zu Bayer 04 Leverkusen. Also ich sage euch, macht das mal bei eurem Arbeitgeber. Da werdet ihr auch nicht auf einer Sänfte rausgetragen, wenn ihr das so macht. Aber es ist, wie es ist. Das ist für mich keine Art. Wenn, sollte man wenigstens die Eier haben, dann zu sagen, ey Leute, danke, aber für siebeneinhalb Jahre oder achteinhalb Jahre, ich gehe. Und lässt dann nicht noch den Verein ein Angebot erstellen, wo man dann im Nachhinein sagt, nee, ich will doch nicht. Also das ist aus meiner Sicht nicht recht, das kann man nicht rechtfertigen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Unart. Das macht man nicht. Und er hätte bei uns alles gehabt. Er wäre Kapitän gewesen, er wäre zu 100%iger Stammspieler gewesen. Er wäre das Gesicht der neuen Mannschaft wahrscheinlich geworden. Extrem wichtig. Eine Identifikationsfigur für die Fans. Und das wird er bei Bayer 04 Leverkusen nicht mehr haben. Der einzige Vorteil, den er hat, und ich glaube, er hätte bei uns ähnliches Geld verdient. Also, dass er bei Bayer 04 Leverkusen unmaßen mehr an Geld bekommt, glaube ich nicht. Und das Einzige, was er hat, ist ein paar Europa-League-Spiele. Ein paar Europa-League-Spiele. Wer mir dann erzählt, seine EM-Chancen sind größer, das halte ich für Quatsch. Bin ich ganz ehrlich. Er ist da mit Sicherheit nicht so unangefochten wie bei uns. Bei uns hätte er, glaube ich, jedes Spiel gemacht, wenn er fit gewesen wäre. Bei Leverkusen ist es nicht der Fall. Aber es ist vergossene Milch im Endeffekt jetzt. Es ist vergossene Milch. Er ist jetzt Spieler von Bayer 04 Leverkusen. Und ich finde, Roland Wirkus hat es einfach auf den Punkt gebracht mit seinem Statement. Wir haben uns mit Jonas intensiv ausgetauscht und darum gekämpft, ihn beim Borussia zu halten. Die Gespräche waren sehr offen und schlussendlich haben wir ein Angebot vorgelegt, das alle von Jonas aufgestellten Bedingungen erfüllt hat. Dass es sich dennoch dazu entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, hinterlässt kein gutes Gefühl. Und Leute, das sagt alles. Also im Endeffekt sagt das alles. Hinterlässt kein gutes Gefühl. Und ich glaube, mit dem Satz ist alles gesagt. Mit dem Satz ist einfach alles gesagt. Roland Wirkus hätte sich einfach auch nur bedanken können, wenn es da rund gelaufen wäre. Und das Ding wäre durch gewesen. Aber ich glaube, da sind die Wunden auch nicht nur bei mir sehr, sehr tief, sondern auch im Verein. Und ich finde auch, dieses Abschiedspost von Borussia sagt alles. Im Endeffekt, Jonas wechselt zu Bayer Leverkusen. Das ist es. Und das ist schon sehr, sehr, sehr kühl, sage ich mal. Und ich glaube, einige... Ich lese mir ja die Kommentare immer mit sehr viel Leidenschaft durch. Ich nehme mir die auch sehr, sehr zu Herzen. Glaubt mir. Aber Borussia ist für mich pure Emotion. Und wenn ich dann so einen Vorgang sehe, ja, dann bin ich halt emotional. Und manche haben mir vorgeworfen, ich hätte brutal über die Stränge geschlagen. Ich glaube, die schlimmste Beleidigung, die ich gestern ausgepackt habe, war Witzfigur. Leute, das ist Fußball. Das ist pure Emotion. Jonas Hofmann ist jetzt bei Bayern und für Leverkusen, auch wenn ich nichts verstehen werde. Ich glaube, da werden mir auch viele recht geben. Und das Thema ist jetzt durch. Wir schauen nach vorne. Jonas Hofmann ist Vergangenheit. Mir fällt es schwer. Ihr könnt jetzt sagen, ich bin total undankbar. Aber mir fällt es schwer, in der aktuellen Phase Worte der Dankbarkeit dafür zu finden. Ich glaube, ich würde mich Rolf Königs anschließen beim Abschied von Eberl. Man muss seine Entscheidung respektieren. Aber akzeptieren muss ich sie nicht. Und so ist es. Und somit machen wir weiter, weil es gibt viel zu tun bei unserer Borussia. Und der Nachfolger, es wird sehr, sehr wahrscheinlich Frank Honorat werden von Start Brest. Da werden wir uns irgendwo um die 10 Millionen einigen. Ich hoffe einfach, dass er nicht so viel Eingewöhnungszeit braucht wie in Gummu. Wir brauchen auf der rechten Seite jemanden, der die 20 Scorer-Punkte von Jonas Hofmann gut machen kann. Er bringt alles mit von der Technik. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch seine Endgeschwindigkeit ist. Technisch ist er sehr, sehr beschlagen. Er hat 11 Scorer-Punkte gemacht in der letzten Saison. Auch wenn es jetzt kein überragender Wert ist, muss man sagen. Weil ich auch glaube, die Ligue 1 ist in der Breite schwächer als die Bundesliga. Aber ich drücke ihm alle Daumen. Also wir müssen alle Daumen drücken, weil wir brauchen unbedingt Qualität. Und Roland Wirkus hat es heute auch nochmal gesagt. Wir waren auf einen Abschied von Jonas Hofmann vorbereitet. Und er ist jetzt so gekommen. Und es wird zeitnah neue Transfers geben. Die Lücke wird geschlossen. Und Frank Honorat wird da eine Lösung sein auf der rechten Seite. Ist flexibel einsetzbar. Man kann ihn in mehreren Positionen spielen lassen. Vielleicht auch als hängende Spitze. Warten wir es mal ab. Und ein Mann, der auch extrem heiß gehandelt wird, ist Pavlidis. Da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. 36 Torbeteiligungen sprechen allerdings schon für sich. Auch wenn es in der niederländischen Liga ist. Vielleicht wird es auch eine Doppellösung erstmal BG werden für Jonas Hofmann. Und dass man sich da breiter ausstellt. Ja, Pavlidis, wie gesagt, hat eine gute Saison gespielt. 36 Scorer-Punkte gemacht. Ist ein klassischer Mittelstürmer. Abschlussstark mit beiden Füßen. Und wenn man das realisieren kann in den nächsten Wochen, wäre das schon extrem, extrem wichtig. Weil Freitag treffen sich die Spieler am Borussia-Park. Und Sonntag ist Trainingsauftakt. Und du hast halt echt eine zerrüttete Truppe aktuell. Chiaronia ist zudem auch noch bei der U19-EM. Und es werden auch noch wahrscheinlich einige Spieler gehen. Dazu werden wir jetzt gleich kommen. Und einige kommen. Also, dass die Vorbereitung nicht rundlaufen wird. Und dass es am Anfang der Saison wahrscheinlich etwas knirschen könnte, ist ganz klar. Also, das ist ganz klar. Da müssen wir vor allem einfach dahinter stehen als Fans. Und den Jungs jetzt endlich Zeit geben. Weil das muss ich erst finden. Und ich hoffe einfach, dass die Jungs eine Trotzreaktion zeigen. Einfach sagen, wir sind Borussia Mönchengladbach. Das Messer zwischen den Zähnen haben. In die Zweikämpfe fliegen. Alles geben. Und dann sind wir auch im Endeffekt zufrieden. Es wird eine ganz, ganz schwierige Sommertransferperiode. Das merken wir jetzt. Und eventuell holen wir auch selber einen von einem Rivalen. Beziehungsweise, ja, Deal von Köln wird gehandelt bei unserer Borussia. Ablöse soll eine Million sein. Hat jetzt, glaube ich, bis jetzt ein paar Bundesliga-Kurzeinsätze gehabt. Ist Mittelstürmer. Müssen wir mal abwarten, wie sich da die Sache entwickelt. Ja, und das ist es. Und wir sollen auch noch ein großes Angebot vom SSC Neapel haben. Für Itakura. Das soll sich auf 20 Millionen Euro belaufen. Und da ist halt wirklich die Frage, 20 Millionen ist eine Menge Geld. Mir deutlich noch zu wenig. Da muss man halt wirklich eine Entscheidung treffen, ob du jetzt wirklich auf Verderb wirklich die Kohle einnehmen willst, einnehmen willst, einnehmen willst. Und dafür dann neue Spieler reinsetzt. Und sich das dann zusammenfindet. Das ist eine extrem, extrem schwierige Entscheidung. Bei Itakura tue ich mich da wirklich schwer. Also meine Tendenz geht eher zu 30 Millionen. Und dann muss man es machen. Aber 20 finde ich für einen Spieler, der bis zu 26 Vertrag hat, ohne Ausstiegsklausel sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Da werden heute schon andere Summen bezahlt. Und ich hoffe einfach, dass wir da auch, wenn es soweit kommen sollte, deutlich mehr bekommen. Oder er bleibt einfach. Und ich habe jetzt mal eine Ausstellung gemacht mit den Spielern, die noch da sind. Klar, in der Abwehr Itakura, Elwedi, wo bei beiden ein Fragezeichen hinter steht aktuell. Skelly und Netz werden bleiben, das ist safe. Genauso wie Julian Weigl hinter Neuhaus steht auch noch ein Fragezeichen. Hinter Kone steht ein Fragezeichen. Hinter Plea steht ein Fragezeichen. In Goume und Hack werden mit Sicherheit bleiben. Und Ranos. Und dass da Qualität der Mannschaft hinzugefickt werden muss, da bin ich kein, ja, bin ich nicht, wie sagt man das? Mir fehlt gerade das Wort dafür. Aber ihr glaubt, ihr könnt es selber sehen, dass die Mannschaft noch Qualität braucht. Und ich hoffe einfach, dass da die nächsten Tage, vielleicht noch vor Sonntag, die ersten Verpflichtungen bekannt gegeben werden. Und dass wir dann in die Vorbereitung starten. Und hoffentlich eine sehr, sehr gute, ja, sehr, sehr gute Vorbereitung haben. Halbwegs gut in die Saison starten. Und wie ihr merkt, also mir geht das immer noch sehr, sehr nah mit Jonas Hofmann, weil ich wirklich gedacht habe, er ist noch einer, ja, der zu Borussia steht. Er ist nicht der typische Leader-Typ gewesen, aber dass er ja so einen Move macht, das hat mich wirklich sehr, sehr schwer getroffen. Ich glaube, ihr merkt das. Ja, und dann kochen bei mir die Emotionen hoch. Manche mögen es eh mehr, manche mögen es weniger. Aber ich bin immer für einen fairen Austausch zu haben. Und allen, die es dann nicht so geschmeckt haben, gebe ich virtuell die Hand. Wir sind Borussen, wir bleiben Borussen und so wird es immer bleiben. Und jetzt wünsche ich euch einen super Mittwochabend. Macht's gut und ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Das ist kein Scheck voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Alle Neuigkeiten über den besten Verein der Welt. Wow.